hallöle und guten tag hat er gesagt wir sind beim baum streu streuer oder so aber passieren tut er noch nichts ich hoffe der der streut da nur ordentlich drehen tut er sich ne weiß auch nicht wir gehen ja denn danach mal gucken ich würde gerne gleich eigentlich noch einbauen davon wenn das irgendwann mal so geil wäre den fressen wir als erstes so den trinken war und dann fressen wir den auch noch mal dann sind wir zumindest voll weil wir bräuchten ja für den zweiten wieder das gleiche das heißt ein dünger superlegierung dünner superlegierung eine baumrinde dünner baumrinde muter gehen nicht ne 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 unten bio klumpen da und dann sollte das ja eigentlich so und dann haben wir ja hier auch noch hier drinnen ne quatsch hier drinnen den hier da bin ich mal gespannt den setzen wir aber hier günstigerweise mal hier vorne hin würde ich den setzen ach so ist ja auch auf wasser ne ha weit auf wasser das ist natürlich auch so eine komische sache weiß man nicht warum die denn so machen wollen und dann kommst du da rein denn ist es gut und säg jetzt hier was mal der macht sauerstoff und biomasse wachs achtet wächst ja noch aber wächst hier drüben denn schon was findet ihr mit mini baum okay gut wissen wir bescheid ne ein mini baum wächst aber ist ja auch nicht schlecht ich wollte die eigendinger ne wir haben ja hier die algen da braucht mehr ich glaube wir hatten damals kaum bio dings ne so bei den anderen brauchen wir ach doch da kriegen wir immer ein zurück das heißt wir bräuchten insgesamt vier müssten mal mitnehmen um das umzudingsen sonst so was kriegen wir denn wieder eine aubergine kriegen wir wieder wasserflasche das haben wir denn magnesium also brauchen wir immer eine super leckierung und den dünger noch und den dünger noch wenn ich jetzt so richtig habe so und super nehm wir mal ein bisschen mit aber wenn dann will ich die ja da toll haben so ha falsche seite jetzt wachsen hier wirklich kleine bäumchen heftiger schritt so wir sind natürlich nicht doof und sammeln alge ein weil wenn man das jetzt hier abbauen ist nämlich die die alge auf weg ne glitzer glitzer aha ein bisschen was lasse ich fallen aber ich könnte ja jetzt den zweiten bauen dann ne so 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 ein bisschen auseinander weil die sind ja auch größer so ein bisschen doof davon ist mit dem fliegen da im wasser nicht sehr gut gemacht worden ist irgendwie oder also auf der oberfläche also wenn man schon mal drunter war denn oberfläche irgendwie die fliegen so wir haben ja jetzt zwei aubergini gesammelt also erstmal kommen die hier rein hier eine obergini ah ok weil wenn denn hier hinten aufgleich war hier mit den t1 dinger da wollen wir uns ja nicht zufrieden geben das letzte mal schon aufgefallen das war ja schon ein bisschen ja nicht so cool so verliere ich schon wieder warten diesmal nicht so können wir ja den hier ich finde das komisch irgendwie gut ja so sieht es nämlich besser weil da hast du wenigstens von oben auch mal eine richtig geile sicht aber irgendwie ist manchmal komisch so gut jetzt haben wir den hier mal jetzt könnten wir eigentlich mal langsam wieder auf die tafel gucken was haltet er davon also erstmal den das hier rüber hier haben wir noch eine obergine das wir gerne mal sortieren lassen geil so sonst so ist hier okay die müssen raus hier anscheinend okay das passt gerade so hier kommen hier eben die pflanze mit rein hier kommt noch ein dünger und das hier gut machen wir das schon mal schön ganz schön wasser verloren dafür dass wir nichts gemacht haben eigentlich nur so ein bisschen rumgeflogen aber naja so ist das eben halt ach du bist schon fertig ach du bist schon fertig das sah aber schön aus sind denn das auch schon fertig ne das nicht ja ich würde das jetzt nicht direkt immer wechseln denken besser ah das hat jetzt wechseln okay na passiert so Bäume ach gib mal haben wir ja auch schon die nächste stufe erreicht ne sonst so wie sieht es hier aus guck mal wie viel biomasse wir haben ne der ist richtig tonnenweise luftdruck geht nach oben Wärme geht nach oben ne sauerstoffhänden bisschen hinterher das geht nicht so schnell ich weiß gar nicht bis wohin müssen wir denn sind wir nicht bald voll also wir gucken mal hier terraforming allgemein ne ermöglicht das trinken aus den see ach so direkt saufen aus den see ist ja heftig ne zeigt informationen über raketen an die im orbit geschickt wurden ach ok dauert ja auch nicht mehr lange teleporter das ist wirklich richtig geil oh t3 das aha achso der ist dann t2 der sauerstoff aber bei ppm oh das wird aber noch richtig lange dauern ne das hieße wir müssen gucken das war also der hier den haben wir gleich ne also das dauert nun nicht lange so und das hier den haben wir genau auch gleich also sauerstoff wir müssen sauerstoffen 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 so dann würde ich sagen dann machen wir hier mal erst ihn fertig noch das was wir eben so zur verfügung haben ne also die hier sind natürlich dann richtig geil da müsste man eigentlich mal gucken hier von den ganzen das ist ja immer das gleiche eigentlich was wir brauchen ne richtig richtig guck mal wir gucken mal immer eine baumrinde und mutagen ist hier eine baumrinde fertig jetzt fragt man für mich ja ja nimm mal zwei gleich so mutagen können wir die auch gleich wieder herstellen die mutagenes zack zack und zack mal erforschen bitte ja gut ja können wir da eigentlich mit rein machen dann können wir gleich das nächste denn so ist komisch dass er näher anders sortieren kann ne ja aber den haben wir das ja wenn das dann gewachsen ist und bis dahin ähm achso ja mein wir haben ja noch den T3 zu bauen und der T3 der braucht ah jetzt weiß ich wieder woher ich entschuldigung da ich popel aber irgendwas stört mich da muss auch mal popeln dürfen hier ähm der braucht schwarzpulver schwarzpulver osmium ne super legierung eine aber nur schwarzpulver zwei osmium zwei gut das hier das ding war und natürlich mein jetpack ne so zack und dann können wir den bauen und dann bin ich mal gespannt wie der jetzt ob der geiler ist ich erkenne da keine unterschiede ich weiß nicht ob ihr den erkennt aber ich nicht so und von den einfachen sachen schau mal wir hatten ja den hier t3 stiefel was haben wir denn jetzt die hier 30 prozent 45 zweimal super legierung einmal schwarzpulver ja mit dem schwarzpulver das ist äh knappe sache immer ne achso und die ausziehen ja ja die stiefel so gut jetzt können wir die bauen ne hab ich die jetzt gebaut ja oh Gott sei Dank so jetzt sind wir auch schneller da mit unterwegs so und dann haben wir ja das exoskelett aber das ist nur t ja das wird nicht mehr sein das ist t2 t1 und hier ist nicht mehr gut geile sache so war von da ja von der warte aus ja gut dabei so super legierung müssten wir eigentlich auch ein bisschen ich würde es mal ein bisschen vorwärts kriegen super legierung das heißt wir nehmen uns mal alles hier was unseres ist ich kann auch mal oben nochmal durch den canyon da reiten vielleicht eventuell kriegen wir ja oder sehen wir da noch anderes ne was schön ist also hier könnten wir ja auch noch alles so ziehen und so weiter und so fort was vielleicht ein bisschen super legiert ach so ach stimmt ja da war ja was muss er hier dann wirklich springen muss er hier dann wirklich springen oder ich sehe das nicht nee ich wollte außen drücken ich glaube den sprung schaffen wir nicht nicht springen wir da runter und gehen in die höhle da ist ja auch noch also da ist keine super legierung aber Aua ach das hier hört es ok da hört es auch Aua hat ein bisschen weh getan ach nur ein Stück da können wir eigentlich mal beim Schwefel noch vorbei ne guck mal hier könnten wir ja auch noch was reinbauen ne ach Kima hat das in die höhle geflutet auch nicht schlecht ich wollte erstmal zur Schwefelparadieshöhle hier hier eine einsame Pflanze eine einsame Pflanze für dich nur eine einsame Pflanze äh naja ein paar davon gebaut ne so so fettet viel kann ich hier nicht schrindbauen ne da ich sagen kann aber warum sollte ich es nicht bauen können das hier doch aber wo doch spart man sich das ganze ne ja Aluminium wär cooler ach so ne den hier noch ne echt kein Aluminium hier ah den können wir ja schon mal aussortieren ähm ne ok wenn wir jetzt stopp mal wir haben 5 5 5 5 ja brauchen wir Aluminium ähm ich nehm mal gerne die noch mit mit verlaufen dankeschön bitteschön aber was ist denn das für ein fetter Baum hier ey können wir hier irgendwas machen äh wo bin ich denn hier wo bin ich denn hier ja das ist ja mal cool oh ganz ehrlich ey ne super Sache das brauche ich das will ich haben das will ich haben das ist noch nicht so ey das fitzt ja mal ey geile Sache dass die denn trotzdem noch so ne Erweiterungssachen haben ne mit dem Baum mit dem Baum ich wollte dir gerade sagen was ist das denn für eine krasse Ranke da naja die wird mich doch später mal fressen wollen heftig coole Sache mhm ey da müssen wir aufpassen ne vielleicht gibt es ja noch mehr davon kein Aluminium ne das können wir eh jetzt weil wir ja voll sind erst nur in einer in einer Base machen ne ja dann muss ich ja zum anderen hin Aluminium zusammen oder ich kloppe mir denn so gleich rein weil ich will eben auch so die super Langierungsstäbe weil irgendwann brauchen wir die will ich denn auch schon mal Soja stellen so erst mal wat trinken denn erst mal auch wat gut denn denke ich mal sind ne die sind noch nicht fertig aber hier ist fertig achso Inventarsfall ja ja klar das ist logisch so ach Katze so Schwarzpulver die hier sind richtig schön und wichtig oh können wir noch nicht machen ja stellen wir erst mal ne 4 her dann ist das halt so eins zwei drei vier zack 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 schwefel kommt hier rüber hm hm da könnten wir eigentlich auch gleich Dünger herstellen ne oder nicht ober 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 gina fehlt aber mal Dünger hergestellt achso ja dann die auch wozu braucht ihr so viel Schwefel nochmal also das ist ja jetzt nicht schlimm wir haben ja genügend und gut dabei soo wir bräuchten jetzt wirklich noch einmal Aluminium dann haben wir das nämlich auch weg soo achso und ein Mech pfff was man da jetzt machen muss ne soo die können wir nämlich hier alle mitnehmen und schön friessen ah den hier auch ha ha so aber die Körbisse die kloppen wir hier rein zum fressen können wir hier irgendwie noch ein bisschen Dünger machen achso da brauche ich jetzt achso ah dafür brauchen wir auch den Spiegel so so oh boah boah wollen wir da mal gucken wegen Alge was da vorne jetzt provoziert ja so auch was da so provoziert worden ist können wir gleich mal gucken gehen bin mal gespannt so zack ne das meins achso drücke mal Falsche wollte ich schon sagen Bakterien aber wir brauchen auch den noch mutagen mutagen und Bakterienprobe brauchen wir so oder so mit Wasserflasche äh ich sollte mal wieder Wasser hier rein machen ok wartet mal ich mach erstmal Wasser und dann holen wir Alben meins äh das nur noch mal schnell zwischendurch ja ja ist einer zu viel einfach nur um den Platz hier dann auch logisch zu haben ne da haben wir hier ein bisschen mehr Platz die Superlegierung kommt da vorne auch wieder rein hominnen zack oh benutzen zack 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 dann crear hier rein super wasserflasche wasserflasche alles mal drin und ich nehme mich wieder mit geil so und jetzt wollten wir gucken ja läuft ja wie ein länderspiel oder von der nase so und jetzt ist hier mehr oder sammeln jetzt mehr einfach nur weiß jetzt nicht also bisher sieht gut aus die baumteile müssen die am rand gebaut werden mal so kann sein dass das schon beantwortet worden ist weil man nimmt ja mehrere folgen mit einmal auf zumindest nicht oder ist das scheiß egal weil die sind eh am rand hier ist richtig richtig schön hier aber wer weiß ey da müssen wir mal stellen wieder besuchen die wir gar nicht mehr kennen oder kannten ich hab mal welche zugewachsen hier so das nehmen wir auch noch schön 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 energieniveau muss ich oder müsste ich denn auch mal kontrollieren nochmal so abrenniere so super legierung würde immer noch nicht reichen glaube ich so wenn wir das mal sortieren brauchen wir zwei davon oder drei davon zwei davon so na ja wir haben 44 42 titan noch 124 3123 2 auf 3 4 herstellen na ja gott sei dank klappt das noch in meiner normal so und jetzt bräuchten wir ja eigentlich neun stück davon und aluminium aluminium wird echt wenig sollten wir echt mal so sammeln extrem verdichtete super legierung ja das kann ich mir vorstellen das hat richtig verdichtetes so aber wir wollen ja den ja bauen dünger bakterienprobe baumrinne bio klumpen so eine baumrinne bio klumpen bäuchlection zweimal bauen so dünner links links und noch ne Noch eine Baumrinde Danke Obwohl, die zieht gleich mal raus Was wird die denn wieder brauchen? Abrennen mit dir, aber schnell Aber ganz schnell, mein Freund Ganz, ganz schnell Und zwei Superlegierungen Das sind auch die letzten beiden, die wir haben So, da können wir die eine Pflanze schon mal mitnehmen Und die zweite eigentlich auch Aber das in der nächsten Folge Also, bis dann, ciao, ciao